Es fehlt mir fast die Sprache. Ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwas Neues sage. Wir sind wieder in Riders of Icarus unterwegs, wie man schwer, unschwer erkennen kann. Und zwar machen wir jetzt mal eben hier eine kleine Daily. Ich mache nicht mehr so viele von den Elun-Dailies, weil ich auch keinen Elun ausgebe. Fast keinen Elun. Ich bin hier auf dem Wizard wieder unterwegs und sitze auf meinem Agnes, den wir vorher getamt haben. Und muss hier fünf von diesen komischen Vögeln wegkloppen. Aber irgendwie ist meine Range irgendwie komisch. Wegen den Balken. Ja, wegen den Balken, genau. Ich sollte vielleicht weniger Saufen vom Aufnehmen. Wobei die Qualität ist mich... Ich finde, es ruckelt gerade ein bisschen so. Liegt das am Viech oder was? Na, guck mal, da war es wieder. Da, zack, 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 zack. Joa, ich habe wohl einige Lacks gerade. Es läuft wirklich zur Zeit echt beschissen. Bin gerade noch zwischendurch mal mit meinem Tank durch Frostgip gelaufen. Und hier sitzt Darker von uns. Und da ist Morning Sun. Überall sind wir. Wir sind voll die Seuche. So, sehr schön. Gerade in der Entwicklungsphase eines Charakters sollte man gucken, dass man eigentlich genug Elu mitnimmt. Also ich habe auf meinem Main, da habe ich 450 auf dem Tank. Wobei ich die ja eigentlich alle ziemlich aktiv spiele. Ach genau, jetzt weiß ich nicht, was ich wollte. Jetzt fiel es mir wieder ein. Und zwar ein bisschen nach hin und her teleportieren. Ich wollte zum Briefkasten, denn der hat vorhin auch gebackt. Stand ich hier, drückte F und dann lief er hier rüber oder nach da. So, da habe ich mir mal wieder was gesendet. Ja, ein bisschen wieder was zum Einsammeln und zum Einsetzen. Ich mache das ja manchmal auch auf anderen Charakteren. Ich habe gedacht, ich ballere mir hier mal ein bisschen was irgendwo rein. Doch. Ich kriege Damage oder Damage? Damage, 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 Damage. Achso, das habe ich noch nie gemacht, glaube ich. Ich muss dann die rausschmeißen. Und gehen die direkt rein? Ja, mit Rechtsklick kann man die einsetzen. Und ballere mir die dann halt direkt hier rein. Da, da, dam, da, dam. Ding, ding. Warum auch immer das so ewig dauert? Ne, das wollte ich nicht anziehen. Ich wollte, so, 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 jo, 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 enter, enter, rein, rein, apply. Didu, 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 zack, drin. Weiß ich, ob es bei einem anderen Anbieter fehlschlagen kann. Das ist dann, äh, so. Dann habe ich nämlich 10% mehr. Die 20 Damage, die machen sich auch aus Raufsache 10% mehr Kredite. Achso, ich brauchte noch ein, ein, ein sinnvolles Pad. Ach, mach ich den hier mal. Ne, so, so, ne. Schieben. Habe ich einen Stein hier drin? Hm, nein. Ich wollte nämlich gerade mal eben gucken, was hier dieser Bragging Verrier bringt. Aber ich glaube, der bringt auch wieder nur... Scheiße. Da wusste ich gar nicht, ich wollte da hin. Ich brauch auf jeden Fall ein Pad mit... Am besten wäre ja... Angreifen und ja, vielleicht Laiko. Magical Attack, Defense, Defense, Lebenspunkte laufen. Aber Laiko als Pad machen. Ne, 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 ne. Ich hol mir mal hier so ein 10. Ach, ich darf, ich brauch sowieso so viele von. 10. Ja. So viele brauch ich davon. Habe ich überhaupt mal Geld? Oh ja, das reicht. Hier geht jetzt gerade die Alarmglocken los. Äh, da, ich guck mal, Konsti und Dev. Dude ist nicht schlecht, das kann man nehmen. Das könnte ich mir rein siegeln. Physical Attack und All Stats. Ja, die drei muss ich noch machen. Er gibt Angriff von Leben mit nix. Äh, gibt ja nur... Du, 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 100 Damage. Crit, hit, crit, hit. Was geben die als Pad? Increased Magical Attack. Mh! Machen, machen, nicht machen. Machen, machen, machen. Machen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Spinne war bis jetzt noch am sinnvollsten. Ja, da muss ich mal gucken. Ich muss vielleicht mal ein bisschen beschäftigen mit dem hier. Äh, ich brauch gar nicht... Mensch, Mensch, nee, ich hab auch nicht. Genau. Ich wollte eben mal hier hoch und... Ein paar Viechers einsammeln. Und zwar genau da unten. Wo kein Viech ist, da ist. Und zum Beispiel... So ein Gerät. Grey... Nee. Ich konnte mich noch retten. Wieso ist denn der dann daneben gesprungen? Hallua. Ja. Sehr schön. Davon brauch ich jetzt gleich 10, na, mehr, 14. Muss man dann inventar... Nee, sag mal, ey. Ich wollte jetzt hier nicht jeden mit 5 versuchen. Naja, wobei er jetzt gleiches Level ist, ne. Das ist anscheinend ein bisschen schwerer. Ah, jetzt der nächste. Zack. Der sieht echt nicht schlecht aus. Oh, das sieht immer knapp aus hier. Naja, der war dann mal wohl sehr gewarnt. Ah, jetzt kann ich mich nicht heilen. Jetzt krieg ich aber... Okay. Solange er sich bewegt. Nein, flieg, flieg, flieg. Ah, wo will er denn hin? Zack. Da haben wir dann auch mal wieder einen. Oh, da haben wir noch was hier. Nehm ich direkt auch mit. So, jetzt werden wir mal gucken. Es gab einen, der gibt 31 und es gibt einen, der gibt 33. Yes. Dann nehmen wir den weiter. Was ist denn los, Mensch? Zack. Im Gesicht gelandet. Mit dem nackten Arsch. Achso, was sagt man ja nicht, ne. Das müsste eigentlich permanent durchgehen. So, grün, grün, rot, grün, grün, rot. Damit man ein bisschen mehr das... Es gibt ja den Trick, dass man so ein Ficht hemen kann, indem man es resettet. Oh, Family Effels, Storage ist voll. No, 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 no. Na, ich brauch eigentlich nicht mehr. Muss ja eben hier oben landen und was freilassen. Gibt den Trick, dass man, wenn man das tamen will, kloppt man den runter, resettet den und dann läuft der irgendwann zurück. Und dann auf diesem Weg kann man draus springen und dann ist man direkt dran mit dem... Mit dem W, A, S, D drücken und dann alle so, oh ja, man muss dann voll schnell sein. So, und als ich das erst mal gemacht habe, dachte ich so, hey. Und jetzt? Und dann kam erst dieser Knopf und dachte ich, oh. Es scheint ja wirklich schwer zu sein. So ein Käse. So, äh, 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 lange Rede, kurzer Sinn. 27 Physical, äh, weil ich kein... Aber ich hab heute den Fluki, hier den Kollegen. Boah, ziemlich lange. Ich hab den, die 25 Level vom Agnas, ach, vom, ähm, vom Gama. Der geht ja nur bis 25. Da hab ich... 18 Stunden, glaub ich, für gebraucht. Ein bisschen mehr. Das letzte Level auf 25 dauerte eine Stunde, 17 Minuten oder so. War ziemlich lang. Früher gab es mal so, ne, wenn man etwas, sowas zum Beispiel macht, konnte es immer fehlschlagen. Deswegen kam immer der Balken und... Ja, mittlerweile ist der Balken trotzdem noch da, ob es Sinn macht oder nicht. Das ist genauso wie beim Craften. Ich mein, da kann ich's ja noch verstehen. Physical Crit Damage. Aha, 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 aha. So... Die gehen ja nicht. Also echt, Alter. Werde ich krank? Also so richtig mal richtig krank, richtig arschkrank. Oder ich laber die letzten Tage wieder zu viel. Ich hab ja lange Zeit ja kein richtig vieles Discord und so genutzt. Ähm, TeamSpeak. Jetzt bin ich regelmäßig im Discord drin. Und ich glaube, jetzt muss ich langsam wirklich aufhören zu labern. Fällt nämlich gleich mal ein Hals auseinander. So eine Scheiße. So, ihr seht hier den Talent Pool, der bei mir voll ist. So ein Schmarrn. Wieso geht denn das die ganze Zeit hoch? Und ich brauch hier pro Teil, pro 5 Level. 25, 30, 35, 40, 20, 25, 30, 5. Auch voll dumm gemacht. Absolut nicht skalierend. 55, 50, super, ne? Werde die Idee machen müssen, 60, 55. Und hier unten könnt ihr noch ein, nein. Ah ja. Hier braucht man halt 300 Punkte, 50 und hier 20. Dementsprechend baller ich da meine Hunde rein und meine Drachen und meine Vögel und meine Würmchen. Später geht der Pool noch hoch bis auf 5000. Ne, 3000 glaube ich. Dann haben wir noch zwei, kann man wechseln, die Talente. So. Wie Plätze habe ich? Fünf. Gehe ich nochmal fünf Würmchen fangen. Boah, Scheiße, ey. Also ich habe ja immer was, ne? Ich bin so der typische Mensch, der immer krank ist. Sag mal, Alter, was soll das denn? Geht's auch. Nein! Nein! Schon wieder daneben gefahren. Wo ist er denn? Da. Krass. Fünf Anläufe für eine so ein Viech, ey. Genau, flieg mal da rein. Flieg! Ah, ich habe vergessen, A zu drücken. Aber ich habe es wenigstens ausgesprochen. Oh, guck mal, da ging aber der Balken schön hoch, du. Ja. Was ist los? Hey, das leckt heute echt übel. Normalerweise kann ich die Vögel da hinten sehen. Oh, da sind die Settings wieder verschoben. Ne, eigentlich alles richtig. UI-Quality, das ist auch sehr... ...unbrauchbar. Ah, da habe ich immer High, weil dieses Low ist doof. Ich möchte gerne weit gucken, und nicht vor das eigene Gesicht. Äh. Äh. Aber ist doch serverweit, accountweit, also... Geht's aber. Erwischt! Wobei, ich finde das ist selbe Level wie die Viecher. Da ist so das Durchschnittstaming... ...gewahren, also kommt immer mal wieder ein so'n... ...roter Balken. Wäre ich jetzt... ...25 und die 29, wäre es wahrscheinlich etwas schwerer. Aber wirklich schwer sind nur die... ...heroischen. Ja, ist, wenn die nicht stehen bleiben... ...kannst nicht viel machen. Ja. Oh. Oh. Ja, den konnte ich so schnell gar nicht reagieren. Da war ich noch am Zugucken. So, wieder... ...gepinnt. Jetzt muss er aber. Ähm. Wenn man die runterhaut. Geht es was leichter. Dann soll wohl nicht so auf der rote Balken... Pff. Ich hab nichts gesagt. Bla 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 bla. Egal was ich sag. Er macht sowieso was er will. In Ahnung noch einen jetzt kommt. Zeig's mir. Ja, das ist, also... ...viele sagen, hau am besten bis auf 1% runter und... ...einige sagen, so wie ich auch, so 10%, 5% reicht... ...und das so viel jetzt ausmacht. Kann ich gar nicht sagen. Neee. Oh. Ich hab gedacht, der fällt runter. Ja, gut. Ja, das waren jetzt, ähm, drei Dinger, ne? Leer, leer, drücken. Aber guck mal, auch wie ein roter. Er kann sich dann wohl nicht mehr so viel wehren. Das ist ihm ganz komisch, also... ...da ist bei... ...bei einigen, ähm, ist da eine Spielmechanik drin, die ab 20 oder ab 10% wirklich, ähm... ...sich aktiviert. Also, es ist nicht ganz... ...ganz abwegig. Einige Monster machen ab 20%, so wie zum Beispiel Garme. Der fängt dann an, auf den Boden zu stampfen und Rage-Mode... Oh, ah, ist woanders richtig. Ähm, in so eine Art Rage-Mode zu gehen. Und daher ist es gar nicht abwegig, zu sagen, dass das... Hö, grad war es nicht da. Dass es, ähm, wirklich so ist. Dass, wenn man die runterkloppt, dass die dann empfindlicher werden. Aber es ist mittlerweile uns allen klar geworden, dass die Entwickler machen, was sie wollen. Die Publisher machen, was sie wollen. Und dass wir fast, also, ein bisschen PvP rumgeheule, die nerven das. Ein bisschen, ähm, hier und da rumgeheule, sie ändern was. Aber sie werden uns nie sagen, ähm, wie die Spielmechanik im Einzelnen ist. Ist wie mit der Frage, Crit-Schaden oder Intelligenz? Intelligenz wird geblockt von Magischer Defense und Crit-Schaden geht durch. Wird halt nur von Crit-Defense geblockt, das hat aber kaum einer. Und dementsprechend ist halt das Crit-Cap bei 10.000 Schaden, Crit-Damage, nicht Chance. Ja. Und deswegen würde ich eher für PvP, damit die Tanks nicht blocken können, auf Crit-Schaden gehen. Dann kriegen die permanent 1.000 Damage. Ich hab keine Ahnung, ich hab's selber nicht ausprobiert. Ist auch alles jetzt ein bisschen... So nur von rein von der Überlegung her, ne? Da kommen dann immer noch zwei mit. Ja, also niedriger geht's jetzt kaum. Dann, das ist so das kleinste. Eins, zwei, fällig. Genau, flieg' erstmal noch eine halbe Stunde. So hab' ich auch schon Agnes gefällt. Hier den Drachen-Boss. Beziehungsweise, lass' wir mal hier, wo sei denn, da reinziehen. In die Liste. Und dasselbe hier mit dem Wolf auch. Und hier. Raus, 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 raus. Rüber. Rüber. Und der. Und der. So, dann nehmen wir noch den hier mit. Es ist zum Beispiel, ähm, beim, beim Game so, dass wenn du da critest, dass du da, der hat ja übelst viel Verteidigung. Und die Crits, die kommen halt richtig gut durch, wenn der Crits schaden hat. Da machst du auch mal 8000, 9000, 10.000 Damage. Aber, naja. Jetzt zeigt uns mal, ja, ein Dagger. Oh, was. Also ein Dagger mit drei, mit viermal physische Tech. Krass. Und zwei Slots. Also ich bin schon echt oft mit gewesen bei Weltbossen. Und ich hab bis jetzt, jetzt erst ein einziges Item mitgenommen. Tropfen ja immer Waffen und Ketten und Lanzen und was weiß ich was. Und bis jetzt hatte ich jetzt ein einziges Item, was auch gar nicht mal so gut war. Es war ein mittleres halt, ne, so. Wo du sagst, okay, besser als das jetzige. Aber nicht wirklich so krank oder wahrscheinlich, weiß ich nicht. Aber steht da Tropfen, höllt den Stein. Solange ich spiele, werde ich irgendwann auch mein absolutes Gear haben. So. Das war die Vorbereitung auf Flame Fascination. Also die meisten, die gehen alle auf Rot, hab ich gesehen. Viele haben gesagt, dass dieses Incendiary Explosion nichts bringt. Hm, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Dark Affliction wäre ja der hier. Äh, ja. Ich hab keine Ahnung. Ich würd auf jeden Fall zwei davon nehmen. Zwei davon. Weil ich auch wieder bei diesem, ähm, ähm, bei diesem Incendiary Explosion. Ja, bei dieser Explosion, sagen die alle, die macht halt nur 1000 Damage. Wenn die aber dann kritzelt. Und dann Kritzschaden drauf ist. Ich weiß es nicht. Naja. Ich werd mir das mal angucken. Im letzten Jahr, wo ich jetzt mal gucke, was ich jetzt nächstes questen muss. Sage ich, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ui. 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 Vielen Dank.